Hallo, mein Name ist Dori und ich heiße euch herzlich willkommen bei unseren kleinen Rundern durch Knies Kinderzoo. Hier haben wir einige meiner Freunde besucht. Tiere haben mit den Menschen halt sehr viel gemeinsam. Viel Spaß bei unserem Film. So, das alles muss ich sammeln. Das andere Zeug da drüben muss ich gleich auch noch holen. Naja, scheiß Arbeit. Verdammt, wer hat denn hier wieder so viel Kram rumliegen lassen? Ach, dann will ich mal aufräumen. Mh, ist aber verdammt lecker, der Krempel. Sogar musikalische Tiere haben wir im Zoo. Schaut euch unser pfeifendes Kamel an. Henry heißt er. Viel Spaß. Die kleinen Totenkontäffchen tun wirklich mein Schmerzen nicht affekt. Aber das liegt in ihrer Natur. Hey, lass mich los. Aua, das tut weh. Hey, nein, du hast keine Chance da rauszukommen. Doch, bitte, lass los. Nee, 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 nee. Also gut, dann knutsch ich dich eben an. Okay, du hast gewonnen. Na also, geht doch. Futter! Nun kommen wir zu unseren Schweinen und Ziegen. Auch ein Schwein kann mal etwas verlieren. Verdammt nochmal. Irgendwo hier habe ich doch mein Handy hingelegt. Es muss hier doch irgendwo sein. Mensch, ich kann es nicht mehr finden. Du, Mami, kannst du mir helfen, mein Handy zu suchen? Na gut. Ich finde es auch nicht. Schweinerei! Hey, du, warum läufst du weg? Willst du nicht mehr weiterspielen? Ach, du mogelst ja immer. Stimmt doch gar nicht. Hab ich ja gar nicht. Ach, mit dir rede ich doch gar nicht mehr, du blöde Ziege. Ja, ja, die Jugend von heute. Die haben Probleme. Das gab es zu meiner Zeit nicht. Ich hab mein blödes Handy immer noch nicht gefunden. Ey, Schwester, hier kenn ich's nur voll rum und hilf mir lieber. Nee, such doch selber. Du faule Sau! Na, haben sich unsere Kinder wieder vertragen? Na, so ne Mann, wieder alles okay? Nee, hab keinen Bock mehr. Der nächste Kollege ist sehr deprimiert und sollte mal psychologische Hilfe holen. Hehe. Nee, alle sagen immer, ich wäre so hässlich. Aber ich verstehe das gar nicht. Finde ich überhaupt nicht. Hä? Hilfe! Sogar mein Spiegelbild hat Angst vor mir und ist einfach weg. Die kleinen Erdmännchen sind ständig am Rumtum. Nur einer will seine Ruhe haben und sich in der Sonne entspannt. Ach, ist das schön, hier faul in der Sonne rumzuliegen. Die anderen haben immer nur Raufen im Kopf, statt sich mal auszuruhen. Ich nicht. Hau bloß ab und lass mich in Ruhe, Mensch. Hm. So ein Ärger. Ach komm, mach doch mit. Nö, ich lieg hier lieber faul rum. Ach, wie langweilig. Mach doch mit. Nein, 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 nein. Mach der mit? Nee, ist du faul. Ich glaub, ich hau ihr lieber ab. Hier hat man eh nicht seine Ruhe. Hab sogar vor lauter Aufregung schon Loch in Sand gemacht. So, das war's mit unserem Besuch im Kinderzoo. Also, ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Danke fürs Zusehen. Eure Dori. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020